Was ist Schweizer, Notvital? Er ist ein sehr politischer Künstler, der sich mit Fragen der Architektur und der Ökonomie befasst. Er hat für das Mobimo-Gebäude eine Skulptur entwickelt, das einerseits auf die Höhe des Gebäudes Bezug nimmt. Es ist ein grosser Betonwürfel, dessen Gesamtkantenlänge der Höhe des Gebäudes entspricht und hat gleichzeitig in Agadès einen Brunnen bohren lassen, der genauso tief ist, wie dieses Gebäude von Roger Diener, dieses Hochhaus, hoch ist. Und damit natürlich den Menschen in Agadès ganz nebenbei und elegant noch zu einem Trinkwasserbrunnen verholfen.